Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Meine herzlichen Zuschauer und alle anderen Leute auf diesem Planeten. Ich freue mich, ich hoffe, ihr seid gut drauf. Es tut mir leid, dass gerade so ein paar Streams... Ich freue mich, ich hoffe, ihr seid gut drauf. So Leute, ich habe kurz ein Dings hier, ich tue mich... Nice Leute. So, jetzt sollte alles passen. Ähm, ähm, ja. Hallo? Warum? Alter, ich weiß nicht. What the fuck? Ja, moin, erst mal Läften. Was? Mit meinem Headset? Weiß ich nicht. Hä? Was ist das ultra laut? Scheiße, Alter. Mein Headset ist fräckend. Was ist das im Hintergrund? Ich höre nichts von den Leuten. Warte mal. Höre. Wirst du nicht. Mein. Ja, aber bei mir. Warte mal, ich mache gerade den Sound wieder an. Bitte, ich schrei gleich rum. Ah! 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 Wie ist meine Scheme? Brudi, alter Puma. Ich bin in den Stimmbruch gekommen. Nein, Spaß, aber... Äh... Ich... Ich... Tristan? Nein. Leute! Leute! Was ist mit meinem Headset? Ich weiß nicht, was mit meinem Headset ist. Leute, ich kann nichts dafür. Mein Headset ist schrott. Freddy, der Schroddermann. Was ist mit meinem Headset? Ich weiß nicht, was mit meinem Headset... Oh Gott, ist das laut am Lackholm? Alter, meine Stimme ist ja komplett laut. Warte mal. Freddy, der Schroddermann. Was ist mit meinem Headset? Ich weiß nicht, was mit meinem Headset... Oh Gott, ist das laut am Lackholm? Alter. Deine Stimme ist ja komplett laut. Warte mal. Hallo? Ist es jetzt leiser? Ist es jetzt leiser? Ah, meine Akholm! Alter, ist das laut. Sorry. Es tut mir leid. Sagt doch, ob ich noch leiser machen soll. Okay? Ich hoffe, es ist jetzt so gut. Meine Stimme ist ja nicht so leiser. Weißt du? Ich hatte... Weißt du, du hörst jetzt gerade die Suchen. Aber wenn mir was vorhin... Komm, nicht laut. Also richtig laut. Bei euch ist es jetzt noch leiser. Weißt du? Ich geh... Alter, ich hab vorhin einen Stream-Off-Line gestellt. Ey, Mann. Ich will doch nur mit meinen Freunden zocken. Ich kann nichts mehr. Ich kann nicht mehr streamen. Ich kann nicht mehr leben, Alter. Mein Headset. Liked auf. Liked einfach trotzdem. Ähm, nein, denkst du hier, Leute. Sorry. Ich weiß nicht, ob man... Oh, Mann. Warum zockt denn niemand mehr mit mir? Ich will doch einfach nur mit Leuten zocken. Gestern Abend hat auch keiner mit mir gezockt. Wohin mal, ich wollte dich ja einladen, aber du hast... Man konnte dich nicht einladen und so. Warte mal, ich schlade David ein. Oh, nein. Ich hab den so... Ich hab den so auf die Fresse gehen, Alter. Der hat so ausrasten. Dann feier ich irgendwie. Ähm, ich hab jetzt nämlich hier... Dings, das ihr nur Fortnite seht. Angemacht, Leute. Deswegen ist hier auch so am Rand so schwarz. You know? Wenn du Fortnite seht. Am Rand so schwarz. Alter, ist das laut. Unangenehm. Ey, meine Stimme ist nicht anders, Leute. Ich sag's euch. Meine Stimme ist nicht anders. Aber er muss hier... Anruf verlassen. Discord, raus! Okay Leute, alles geht noch. Ganz ruhig. Ganz ruhig mit den Fiesern. Guck mal, das ist PC drehen und das ist Controller drehen Leute. Ich höre wieder nichts mehr. So wie gestern Abend. Oh Gott. Fuck. Warte mal. Ja wahrscheinlich bekomme ich einen Triple Hatcher oder? Ja. Asi. Asi Typ. Asi Typ. I hate this some bitches. Warte mal, wie mache ich? Ähm, Mann. Okay Leute, Alter, gerade geht hier die Post ab, ne? Warte, Mann. Ich habe nie Wunsch. Herausforderungen. Soundeffekte. Wie soll ich sie nicht machen, Leute? Ich höre nichts. Leute, das fühlt sich zwar schon mal so, aber morgen ist mein neues Headset da. Nein, die Teamen, die Bitches. Bitte geht ihm jetzt und... Snipe ihn, Snipe ihn. Please. Snipe ihn. Snipe ihn doch. Kill ihn doch. Na. Ich hab's gefeiert. Das ist auch nicht so der krasseste Gefühl. Alter, krass. Ich hab's gefeiert. Okay, ich bin auch nicht besser. Leute. Warte mal. Ich geh mal ins Stream und guck, wie da die Sounds sind. Leute. Warte mal. Ich geh mal ins Stream und guck, wie da die Sounds sind. Warte mal. Ich geh mal ins Stream und guck, wie da die Songs sind. Leute, WTF? Ich verstehe das. Ich verstehe das. BITCH! Ach, die Team ja stimmt. Der eine hat nur Farmas, der andere nur AR, mein Headset ist scheiße und noch vieles mehr. Es macht halt nicht Spaß alleine zu spielen. Vorder ist halt so ein Game. Es macht keinen Spaß alleine zu spielen. Aber gefühlt, ich habe keinen Lust mit Scheiß-Bots zu spielen. Ist halt schon mal ein bisschen scheiße, ne? Okay, den lade ich mal ein. Leute, wir müssen alle möglichen Leute einladen. Okay, so ein bisschen... Äh, ach, Slabert. Tristan spielt mit... Matti, oder? Keine Ahnung, glaube ich. Duh, 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 duh. Es sind ja halt so viele Teamspieler. Aber es ist trotzdem immer noch in manchen Phasen leichter als in Dings. Oh, die verrecken alle so hart, ne? Oh, schlecht. Jetzt sind die beide dead. Er nimmt die Flopper nicht mit. Oh, hi, Ray's, äh, Nightly. Nein, sorry. Ähm, by the way, morgen ist dieses Rauschen wieder weg, ne? Also, so ist es jetzt nicht, dass es immer so ist. Also, das ist so wegen, weil der Headset halt richtig kaputt ist und so und shit. Deswegen kann ich da halt auch nichts machen, ne? Ich kann halt nur gucken, dass es neues Headset kommt. Und es ist halt, ich höre halt nichts, ne? Ich schätze im Stream mit mir auch keine Sounds. Deswegen habe ich gerade Fußball-Visualisieren angemacht. Weil was bringt es mir, wenn ich nichts höre und das auch nicht sehe? Ne? Irgendwas muss ich ja. Oh, shit. Wo snapped er denn? Hier kommt er. Leute, ich, also, ähm, Dings hier. Shit. Ich, also, ähm, Dings, Dings. Ich habe den, ähm, Dings. Ich habe den, ähm, Dings hier. Ich habe den, ähm, Dings. Oh mein Gott, Leute, ich bin wieder am Tryharden, Alter. Fucking Lappen. Okay. 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 Die Runde ist halt echt verschwitzt. Ich glaube, da hat er keine Mets mehr, oder? Naja, wenigstens eine blaue Pamp. Ich muss auch frei gehen, Leute. Ihr wisst es. Leute, ich bin der Game Master. Fuck, hab keine Minis mehr. Nein, holy shit. Wie unlucky. Holy shit. Oh Mann, Alter. Mein Netz sitzt schon wieder so laut. Ich glaube, jetzt ist es besser. Jetzt habe ich es ein ganzes Stück leiser gemacht. Ist es entweder zu leise oder zu laut? Aber gut kommt nie vor, Leute. Aber gut kommt nie vor, Leute. Flucht vor der Sonne. Aber in die Sonne. Ich muss diese Runde mal auf High gehen. Jetzt renne ich so voll in das Duo rein. Ich muss auf High. Und ich bin nicht auf High. Ich bin nicht auf High. Trouble Headshot Trouble Headshot Trouble Headshot Trouble Headshot Trouble Headshot Mal kurz Presente mitgenommen. Oh, hier laden wir auch noch mehr Mets. Wie viel Lied hier noch? 20 Stellen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Leute! Ich dachte, warum mach ich denn nix? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Leute! Ich dachte, warum mach ich denn nix? Mann! So behindertes Game! Scheiß Drecksgame! Er war so one-hit, Alter! Nee! Als ob er nur fucking 40 Freunde online sind. Holy shit, wie wenig! Alter! Guck mal, ich hatte vier fucking Flopper! Rocket und alles! Und dann überlebe ich ja so Can-Ax! Ich hatte... Ich hatte es mehr verdient! Ich hab schon gut Damage gemacht und so, und dann kommt so ein Rumble und er killt mich auch noch. Behinderte Leute gibt's! Und wie viele Kills hat er denn? Wer ist eigentlich der Beste in der Runde? Ein Kill! Zwei Kill! Ein... Ich hatte... Oh, der eine hat drei Assists! Warte mal! Wie heißt der? LNHB! Die... Ich glaub dieser Typ da ist auch solide. Aber also der hier nicht, aber dieser für drei Assists hat. Aber es kann natürlich auch nur Abstaubung sein. Zum Beispiel... Wie der Typ, wo ich den Kill geholt hab, aber ich hab noch mehr verdient. Wo beim anderen, wo ich so... Äh wo... Wo er vielleicht auch angehittet wurde. Er hat... Und so... Also es ist halt, ne? Okay, der hat seinen nächsten Kill. Wie viele Kills hat der jetzt? Ich glaub der gewöhnt. Ich muss bei dem seinen Skin mal merken. Es kann auch sein, dass der einfach nur immer Highground hat. Zwei... Eliminierungen. Der hier unten ist auch ganz solide im Entgehen. Würde ich meinen. Ah, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Wer ist das? Ah, das ist der! Nein! Dann war das doch der Lappen. Der ist ja dann richtig schlecht. Was macht der denn? Der ist ja richtig schlecht. Ich dachte der wär gut. Holy Shit. Aber der hat ja komplett... Die haben ja beide. Ja mein, der hat halt auch meine Flopper. Der hat sich ganz schön... Oh mein Gott, der hat so einen Lack. Was macht der? Hä? Wie läuft der? War last! Mit null Kills gewinnt der Typ hier mit Slurpischen. Das war ja mal. Ah! Komm get lost! Oh nice! Ich hab leider kein Rocket. Deswegen werd ich vielleicht auch runtergerocketed. Aber die Sechs Schuss Sniper ist jetzt auch nicht die beste, aber... Ich hab irgendwie immer diese Angewohnheit, so mal ins und nachzuladen, weißt? Da oben ist halt keiner drin. Da schwimmt doch gerade einer, oder? Ich hör's halt nicht. Da schwimmt doch gerade einer, oder? Ich hör's halt nicht. Warum tut denn denn niemand den Heilcrown streitig machen? Ich glaube, ich muss. Von wo? Ja! Feinlich! Wo bin ich jetzt schon wieder drauf? Äh, nee, kein Bock. Schießt durch Wände. Leute, ich bin wieder komplett los. Noch im Schreiben, Schließen. Dann. Hunde verlassen. Also, no, no. Dings jetzt hier, aber... Das geht so halt nicht, ne? Das geht so nicht. Leute, ich weiß auch nicht... Warte mal, ich guck mal gerade, wie der Sound ist. Warte? Warte? Ich, ne? Ja, es geht so weit. Leute, ich weiß auch nicht... Warte mal, ich guck mal gerade, wie der Sound ist. Leute, ich war einfach mit dem Satz so komisch auszureden. Konnte ich. Ich muss den Sound wieder... Ich glaube, das hört schon wieder komplett behindert aus. Äh, behindert an. Ich will gerade nicht... Nein, ich will gerade nicht vor dein Schließen. Danke dafür. Geht's jetzt wieder? Warte mal. So, Soundeffekte visualisieren aus. Ähm... Musik mache ich mal wieder 23. Mann, süß. M-mm... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Schreibt mal in den Chat, ob ihr gerade zuguckt. Ähm... Oh, ich weiß gerade echt nicht so richtig, was ich spielen soll, Leute. Ähm... Ähm... Wie ohne was spielt der denn also? Nie. Ich glaube, der ist abendessen. Aber es sind zur Zeit voll viele, nicht? Denk nicht an. Kannst du zockern? Ich glaube, ich tue jetzt einfach ein bisschen... So, der Pfeffer. Ich würde mal wieder Song Wars spielen. Ach, geile Song Wars-Runde. Eine geile Song Wars-Runde. Meine Gruppe ist immer noch auf öffentlich, Leute. Irgendwie, wenn man die Gruppe auf privat hat. Na, wir machen voll viele Leute. Und wenn man die Gruppe auf öffentlich hat. Dann will niemand mit einem zocken. Das ist voll... Normal. Standard. Das ist voll... Das ist voll... Aber... Das ist voll... Das ist voll... Das... Das... Das ist voll... Warte mal, ist der Kopfhörer angeschlossen? Weil mir kommt es nicht so vor. Warte mal. Wartet. By the way, die Swambo ist gerade ganz schön sick. Herr, beide Kopfhörer sind drin. Was mache ich gerade schon wieder? Bin ich wieder Mr. Losti-Killer-King? Ja, ich bin Losti-Killer-King. Gott. Was ist gerade los? Junge, was soll ich denn machen? Mann. So ein scheiß Game. Warum gibt der immer One-Pomps? Ah, er hat den Kill nicht bekommen. Das ist halt auch schon wieder so ein Arabier, ne? Da ist noch einer vom Sturm gekehlt worden. Okay. Yo, ist der der größte Schwitzer oder was? Wie fühlt er sich denn? Scheiß PC-Gamer. Ich habe nichts gegen PC-Spieler, aber gegen solche schon. Deswegen habe ich auch nichts gegen PC-Spieler, Leute. Ich bin wieder so schlau, Alter. Hä? Tristan zeigt gefühlt den ganzen Tag nur noch Arena Solo. Boah, ich weiß nicht. Arena Duo. Keine Ahnung. Halt er die Tür, Edits? Kann er aber relativ gut. Oh, mein Netz hat er sich wohl auch verschätzt. Jetzt müsst ihr einen Kill machen. Ich würde jetzt hier aggressiv pushen gehen. Oh, peinlich. Ganz peinlich. Ganz peinlich, Leute. Fuck, das Schilder. Oh, du, 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 du. Also, man kann nirgends mehr einen richtig gescheiten Spieler finden. Leute, wird er das schaffen? Nein, der verreckt, oder? Der hat auch... Was? Er gewinnt noch? Uh. Leute, das ist natürlich... Crazy. Leute, ich muss dann spätere Fortnite neu starten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, jeder hat gerade einen Sniper. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlau. Warte, ich edite mal so. Vor allem ist es halt ein Dude, ne? Ich versuche, mir P90 zu spälen. Okay. Leute, ist der Sniper Quicksgol Paddy im Game? Er guckt nicht. Fuck. So. Geh ich looten? Obwohl ich eh schon den gleichen Loot hab wie er. Ist mir egal. Es hat mir nämlich nichts gebracht. Und das ist auch gut so. Okay. Juni, was ist denn das? Ein Verschwitzer. Hat da gut gemacht, muss ich sagen. War nicht zu gut für mich. Okay. 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 Was hat mir das Runterschießen, äh, versuchter Runterschuss jetzt gebracht? Hä, wenn er backt sich durch meinen World, ich denke schon. Ist halt immer so, ne? Ist halt so, warum... Guck mal, deswegen spiele ich halt nie Solo FFA. Weil es halt immer so scheiße ist, wisst ihr? Guck mal, warum... Warum klitscht... Warum backen sie einfach... Sie müssen nichts machen. Sie backen sich durch den World. Tja. Es ist halt... Guck mal, wo... Leute, warte mal... Firebox öffnen. Äh... Weil der Chat war gerade weg. Weil der Chat war gerade weg. So. Es liegen halt schon wieder gefühlt noch 5 Leute, ne? Guck mal, hier 2 Kills, 1 Kill, 1 Kill, 2 Kills. Jeder macht so 1 Kill. Man ist halt mit 1 Kill schon krass. Deswegen hält sich das hier nicht so lang. Weil jetzt sind schon viele rausgegangen. Obwohl es erst die 3. Runde ist. Weil die Leute hier so frei haben. Leute, einfach mal hier kurz. Nein, die Sofa machen, weil eh nix niemand was hat. Der ist halt, der hat halt einen Jagdgewerner. Der ist halt. Und, wie bleiben mir heute die Sniper-Headys weg? Die hitte ich heute nicht immer. Eigentlich hitte ich gar nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich denn gemacht? Oh, ich habe ihn gefaltet. Stimmt. Also ich habe ihn immer gehittet. Das ist natürlich ein Grund. Wusste der, hat er sich irgendwie gedacht, Jonas kommt, der hat kein Aim, den gehen wir kurz waschen. Ja, scheinlich hat er jetzt wieder so 8 Flopper. Und stiert mir so den Hut, oder was? Ich bin dort, oder? Ich bin dort, oder? Ja, scheinlich! Leute! Ich gehe, ich tue vor, mal neu starten. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Du hast auch kein Guildofth� is gespielt? Du verschwendest dein Leben. Und craige wo du willst? Dir מה in die... Du hast noch keinen World of Sex gespielt? Du verschwendest dein Leben. Du verschwendest dein Leben. Du verschwendest dein Leben. Du hast still Leben mehr. Du verschwendest dein Leben. Du verschwendest dein Leben. Du verschwendest dein Leben. Genut der anderen Fall auf 46... Torsfall von 15... Nach我想st ihr لل Hershey selbst so Tropはいend Today. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So ein Bullshit! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fuck you, Richie, you're a brother. Oh, der Schwarzenegger! Ja, mein. Es in die Eisplatten kommt nix mehr rein. Bitte, Tristan, scheuen mir doch. Home, where can I go home? I will ever home, I will ever be home. Oh, 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 oh. Polizei-Auto ist halt brutal laut, ne? No joke. Mm-hmm, amir bir Geldes hier. Väleras? Välibrato do Leute, der Gegner gerade war halt absolut close, ne? Zum Glück war das gerade nicht von Kral, sondern Jarvis. Irgendwie Jarvis macht gar keine Fortnite-Streams mehr. Mein Spaß, Leute, ich will hier nix. Ich find's ein bisschen schade, dass also Jarvis hätte halt jetzt so wieder entbannt werden können, ne? Der hat ja jetzt lange richtig Dings, ne? Und der ist jetzt halt auch wieder nicht mehr so brutal gut, weil er halt, ja wie gesagt, nicht mehr, weil er halt so lange hat Vordermär gezockt hat und so. Dann könnte er halt eventuell noch ein bisschen Dings, aber er ist halt trotzdem ein berühmter YouTuber, ne? Und jetzt könnte er halt zum Beispiel Minecraft-Stream oder Prol Stars, I don't know, Clash Royale oder so. Und würde er halt dann immer viel weniger Aufrufe machen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich glaub, vielleicht, keine Ahnung, 20.000? Oder kann auch viel mehr sein. 0.000? 0.000? 0.000? 0.000? 0.000? 0.000? 0.000? No? 1.000? Wir fallen nur auf meineかな Bitte lass mich hier wegkommen, ohne dass er mich sieht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. How will I come from? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank. Oh fuck, die Sonne ist auch noch schneller als ich. Shit. Ich glaube es kommt halt auch immer drauf an, von wo man kommt irgendwie. Okay, ne? Okay. 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 Bullshit. Okay. 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 Oh shit. 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 Ach Gott. Wahrscheinlich. So ein Lappen. 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 Nö, wirst du nicht fahren, Leute. Oh, Mann. come on yo we feel it's super hard called minecraft of twitch of twitch so 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 Ich glaube, du hast es schon. 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 30 Metz. Noch ein Stein. Voll veraimt. Ich glaube, du hast es schon. Das ist halt... Es halt lohnt sich nicht so. Aber es ist natürlich... Ich freue mich. Ich freue mich schon. Weil ich habe einen Kill gemacht. Also, der Typ hat mich ja voll aggressiv gepusht. Und dann hat er einen Snipe bekommen. Dann habe ich ihn gekillt. Das war ganz nice. Also... Sonst wäre der klar, er hätte sich kurz Biggie gegönnt. Und wäre dann weiter aggressiv auf mich drauf. Aber es ist halt scheiße, nur dass ich einfach so viel Fall Damage bekomme. Also... Weil man bekommt da eigentlich kein Fall Damage. Also... Andere Leute bekommen da kein Fall Damage. Und ich war halt close vor Top 15. Vor Top 15. Leute, so spricht man das auf jeden Fall aus. Also, wenn ihr gut in Deutsch werden wollt, wendet euch an mich. Mein Spaß. Oh Junge, der Sound... Z... Zu... Zu cute. Oh Leute, der Schneemann. Leute, jetzt ein Lama. Und da sind 6 Minis drin und so. Das heißt, wenn man Lama öffnet, dann hat man schon dafür ein bisschen Lack. Rausgegenommen. Deswegen, weil das kostet ja auch Lack. Weil es können ja nur irgendwie 5 Leute auf einer Map ein Lama finden. Und es werden auch öfters Lamas nicht entdeckt. Bieten Joystick. Ah ja. Vor allem, die sind noch Chests. Glaub ich. Ne, die ist wirklich noch nicht gelootet. Okay, ein Biggie. Nimm ich mit. Geiles Game. Thanks for a big shield. Okay. But where, where can I go? Ist halt so, ich könnte ja jetzt hier schon campen auf die Leute und würde mich dann halt verpissen, weil ich nicht fighten will. Na und wir, also deswegen, ist halt so, manche Leute machen viele Punkte, weil sie viele Kills machen, andere Leute machen wenige Punkte, weil sie Placements holen. Oh mein Gott, Mystical Chest, was, äh Gold Scar. Oh mein Gott, Penelty, let's go. Oh mein Gott, P90, P90, holy moly. Oh mein Gott. 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 Hier sitzt kein Spieler drin, guck. Wack, wack, wack. Junge, auf der Toilette scheiß das Game einfach. Zirka 100, wie hoch sind Camus Fortnite Earnings? Zirka 175.000, Junge wie viel? Wie viele Abos hat Camus auf YouTube? Weiß Camus natürlich nicht. Wer weiß das schon? Leute, warum sollte man das wissen? Also, finde ich eigentlich nicht wichtig. So. Where can I? Und da hat er eigentlich leider back. So. So. Oh. 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 Bist du nicht? 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 Oh ne der Backe Go's to a BTV Bup 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 Bum Oh, hehehe Erglafen Ah, Juni, ich kotze gleich. Juni, mein Männchen ist ja durchgehend am Furzen. 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 Danke Gott, danke Jungen Gottes mit mir, danke schon. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, am Gelobt sei Christus in Ewigkeit. Amen. Leute, das war einfach Juni, das konnte kein Zufall sein. Juni, mein Männchen ist ja durchgehend am Furzen. 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 Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. 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 Hallo? Dallas! Amenas! Danke für die Gruppe mit mir. Ja, ja, ja. Ehre, du kleine, ja, la, la, la. Alle mal Mr. Clark King abonnieren. Auf YouTube. Oh, YouTube. Oh, Junge, Alter, wie langweilig. Immer diese Twitch langweiliger. Warte mal, Clones. Wer tut denn da Arena-Streamen? Ah ja, Solari-Fortnite ist doch immer zu haben für ein netter Chilling Lounge. Ja, Mann. Da ist einfach die Facecam, da ist einfach so ein äh, Meister Yoda Face. Da ist das so, Larry Naikov. Oh, also Larry Naikov ist krass. aber der macht der normale Facecam nicht. Oh, ich bin Zomers, Leute. Easy shockerbock. Ich bin Zomers, hier. Oh guys, I'm just leaving the crew, goodbye. Crew Pen FFA. Let's go. I'll go in the toilet, wait 3 seconds, then I'm here. We need to Prem Fast and But we need to cook the crew. And we can cook the crew up. We're gonna cook the crew up and make it. Special thanks to all the運ches and the ship. We're just waiting for a new car to make it. And you can't wait for a crew. Move out and wait. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, moin, ich bin so lost, ne? Ich will, ich will in High jumpen, ne? Ah. Proben, Fly-Fi has leaving. Eine 90er Pink, danke dafür. Leute, ich will die Sounds leiser. Aua! Mann, du Mütter, was ist das denn für uns? Holy shit. Er hat gefällt. Schieß doch runter. Er f... Oh, er ist so botzig, ne? Er fällt schon, das Spotten war und er denkt, er wird runtergeschossen, flatscht. Auf den harten Boden. Und verregt an Fall-Lamage. Ey, ich finde es ein bisschen blöd, dass Paluten nicht mehr so oft mit Minion, Maudado und Zombie. Also, German Hells Play oder halt Paluten oder Aslak Pidisi. Ähm, nicht, ähm, mit Zombie Maudado. Und wie heißen sie? Zombie Maudado. Hey, what the fuck, was mache ich gerade? Zombie Maudado. Da fehlt noch der andere. Da fehlt noch der andere. Ja. 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 Ich hab gar keine Nuss mehr schon wieder. Ja. Was ist das für Scheiße? Mann. Why? Die Junge macht kaum und langs auf beim Training. Nein, sein Ding ist hier. Ja. Schon wieder den Typen. Ich mach immer alle One-It. Aber wie ich halt schon wieder ein Viererteam. Und warum die... Warum was machen die denn? Dann hat der keine... Ich glaub, der hat keine Mets mehr, oder? Weil der gerade so behindert spielt. Und der andere tut so, als hätte er keine Mets. Die beiden spielen gerade voll schlecht. Ich glaub, die sind im Team, oder? Ja, die sind im selben Team, oder? Ja. Ich glaub schon. Wenn der sich jetzt noch den zweiten Fisch gewöhnt hat, der hätte schon wieder die Round geläftet. Weil der schon wieder ganz komplett bin. Ja. Er hat... Na, Pune, da kann er doch Fische angeln. Was macht der denn? Holy Shit! Bei mir spielt er wieder große Tryhard, und bei ihm... Oh mein Gott! Was macht der? Warum sprayt der nicht? Ja, er lässt ihn hier in diesem selben Team. Sonst wird er weiter sprayen. Aber er hat zu ihm gesagt einfach. Er schießt kurz nicht. Was?! Wie schießt der denn um die Kurve? Vier Kills. Und drei Assists. Wie viele Assists hatte ich? Ich konnte ich jetzt nicht gucken. Ich glaub ich hatte drei oder vier. Gefühlt hat der eine Typ schon zwei Wins. Hat er auch. Ja, Power... Ja, Vici! Du musst am Anfang eine bessere Positioning bekommen. Wie klappig! So lust! Ich höre mich ein! Ja, ich fliege einfach durch die Wall! Ja, holy shit! Karma ist ja komplett on Speed! Hier ist all Power! Das Game ist einfach scheiße! Ja, Leute! Ich geh glaub ich auf! Vielleicht während des Streams! Ich hoff's euch gefallen! Falls ihr abonniert jetzt meinen Kanal! Like den Stream! Und aktiviert die Glocke! Falls ihr das Stream aber nicht gefallen haben solltet! Dann abonniert trotzdem mal meinen Kanal! Like den Stream! Und like die Glocke! Haut rein! Ähm... Ähm...